Hi, mein Name ist Mandy und ich habe hier an der Hochschule für Technik in Stuttgart Bauphysik studiert und ich möchte euch heute gerne die Bauphysik ein bisschen mehr erbringen. Energie wird immer knapper, Klimaeinflüsse immer stärker und Lärm immer lauter. Man möchte es im Sommer kalt und im Winter warm haben und möglichst nicht den Nachbarn von nebenan oder die Straßenbahn vor der Haustür hören. Die Bauphysik deckt viele wichtige Themen und einen großen Bestandteil der Bauwirtschaft ab. Zum Beispiel sind Wärme- und Feuchteschutz ein Thema. Durch Dämmung wird ein Haus eingepackt, damit es zum einen innen behaglich ist und zum anderen Energie einspart. Wie wird ein Haus effizient gebaut? Was sind Wärmebrücken und wie vermeidet man Schimmel? In unserem Zentrum für Bauphysik in Fallingen forschen wir im Bereich der Akustik. Hat es euch zum Beispiel auch schon mal total genervt, dass euer Nachbar wieder Posaune spielt? Bauphysik zeigt, wie Schallschutz richtig geht. Wusstest du, was die Akustik für einen riesen Einfluss auf einen Raum hat, wenn der komplett leer ist oder den Schall förmlich schluckt wie in diesem Absorptionsraum? Die Bauphysik steckt überall drin und ist ein wichtiger Bestandteil sowohl im Bau als auch in der Sanierung. Heute und vor allem in der Zukunft. Und hier, nur hier an der Hochschule für Technik in Stuttgart könnt ihr den Bachelorstudiengang Bauphysik studieren. Wir freuen uns auf euch!